Hallo, mein Name ist Marc Dibowski. Ich bin Zauberkünstler, Mitglied dem Magischen Zirkel von Deutschland und mehrfacher Fachbeauftragter. Kennst du die folgende Situation? Du bist ein Künstler, der eine Art künstlerische Dienstleistung für eine Feier anbietet. Sei es Jonglage, Zauberkunst, Musiker, Scherenschnitt oder Spaßkeller. Nun ruft ein Interessent bei dir zu Hause ein und möchte dich für seine Feier wohnen. Nun gilt es darum, diese Interessenten in wirkliche Kunden zu verwandeln. In meinem Buch, Wunder zu verkaufen, habe ich dir eine Menge Grundlagen, Gedanken, Tipps und Tricks niedergeschrieben, womit dein Erfolg maximiert wird. Dass diese Geheimnisse, Tipps und Tricks wirklich funktionieren, bestätigen Künstler Kollegen, die dieses Buch bereits lesen durften. Nun bist du an der Reihe. Du bist herzlich eingeladen, Wunder zu verkaufen, zu konsumieren, anzuwenden und Erfolge zu feiern. In einer exklusiven Edition gibt es zudem das Hörbuch und ein zusätzliches PDF sowie ein Telefonleitfaden gratis zum Download dazu. Mein komplettes Wissen und das Buch, Wunder zu verkaufen, kannst du auf dieser Seite erwerben. Herzlich willkommen in meiner Welt, Wunder zu verkaufen.